Hallo Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Ich sitze wie immer mit meinem Kollegen Tobias hier und wir bauen nun mehr oder weniger ein Bonus-Set zusammen, was uns in der letzten Folge leider untergegangen ist. Wir haben das Batmobil vergessen. Ja, es war nicht offensichtlich, weil die dritte Tüte sich unter anderem versteckt hat. Und nicht in der Anleitung drin ist. Das kommt noch dazu, Lego. Ganz blöd, ganz blöd. Tobias hat mir zwar gestern einen Haufen Dings geschickt, wo ich mir die Bedienungsanleitung runterladen kann, aber die Fahrzeuge sind nicht mit dabei, die muss man sich separat runterladen. Warum? PDF kostet nichts, ist papierfrei, macht doch eine Anleitung draus und gut eh nichts. So ist es. Und zum Atrag, wie gesagt, das Poster ist leider kaputt gegangen, weil das so schön fest ist. Der kriegt das. Also ihr sagt ja in der Übersicht, was es so gibt, kann man so abhaken, dass ich selber... Stand 2013. Ja, richtig. Das wird ja jetzt ein kleines Bonus-Video. Ob wir das jetzt am gleichen Tag veröffentlichen oder nicht, kommen wir ja nochmal hin. Ja. Nur wenn das Video 5 Millionen Aufruf am ersten Tag schafft, versteht sie. Ein bisschen Erpressung gehört dazu. Ansonsten müsst ihr dann Bücher warten. Also ist kein Problem. Das andere Video geht ja lange genug, guckt es euch ein paar Mal an. Ist ja alles ganz okay. Ähm, ja. Ja, das war bestimmt in der anderen Tüte noch drin, oder? Nein. Ne, ich dachte schon. Ich hole euch erstmal wieder ran, sonst seht ihr nichts. Ne, ist da nicht drin, ne? Wo ist das? Das ist das wahrscheinlich hier. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Wow. Wie viele Seiten hat er es denn? 22. Ich bin begeistert. Davon haben wir die Hälfte da schon. Oh mein Gott, Lego. Was habt ihr euch denn da mal gedacht? Ich meine, Anleitung als PDF ist erstmal nicht so verkehrt. Ne, ist nicht so verkehrt. Vor allem, wenn man mal Anleitung verloren hat oder so, das ist ja alles ganz cool. Aber doch nicht so, dass man sich, das Haus muss extra, dann muss die Figur extra, dann muss das Auto extra. Oh, und da auf jeder Seite einen Teil extra. Genau. Man hätte auch vier Bildchen nehmen können, man kann schließlich reinzoomen. Kann man, ja. Kann man, ja egal. Wollt ihr sich zu viel Kritik üben? Leg mal hin, da kann ich aufbauen. Ach, ich bin doch gleich schon fertig. Das wird ein kurzes Video, hab ich dir einen Eindruck. Ja, es sind nicht viele Teile. Ähhhhhh. Jetzt ist alles drauf. So würde ich, ne? Weißt du was übersprungen? Nein. Nein. Aber es sind so Wischen, das geht ganz gut. Draufgehen. Ja. Draufgehen geht auch. Aber das ist immer so Hoppla. Ups. Ja. Zwei verschiedene, ne? Den brauchst du glaub ich auch. Das hier ist das. Ja, das genau. Und da ist noch einer. Ist halt Batman, ist alles schwarz-gelb. Ja, so muss das sein. Borussia, schon klar. Mhm. Gibt natürlich auch andere tolle Vereine. Borussia. Gibt ja mehrere. Gibt ja mehrere. Gibt auch mehrere. Ja, schon. Mönchengladbach. Genau. Wer gibt's noch? Ja. Ja. Das war's glaub ich auch schon mit Borussia. Könnt ihr euch einen aussuchen? Welcher denn schwarz-gelb ist? Gibt mal vorne Kitten. Ach, der kommt dann da drauf. Okay. Ui. Mhm. Ich steh mir vor, weil sowas habe ich damals im Kinderzimmer gehabt damals. Mit Tablet so was zusammenbauen oder was? Mhm. Vor allem, wir machen das ja die, die keine Tablets haben oder so. Oder kein Internet. Das frage ich mich dann auch immer. Die müssen wirklich das Spiel dann starten, um dann das bauen zu dürfen. Wird das dann echt Schritt für Schritt gezeigt? Ja. Ja. Richtig. Genauso wie hier. Aha. Warte, warte, warte. Da fehlt noch einer. So. Und das fand ich halt blöd, ne? Ja, ich sag mal, wenn mein Spiel am Spielen ist und dann steig ins Auto ein. Pause. Baust dir zusammen. Genau. Und dann fängst du erst. Ich meine, ja gut. Kann man machen, aber... Du bist gerade in der wildesten Action. Das ist halt immer das Problem dann, ne? Und dann kommt dann sowas. Du bist doch. Baut dir das Auto zusammen. Genau. Das Auto gibt's erst zu Weihnachten. Hahaha. Du hattest schließlich erst Geburtstag. Mhm. 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 Kommt der Booster. Wie kommt denn der hier so drauf? Ja, andersrum ist gut. Da sind keine Nubschis. Der ist ja glatt hinten. Ne, stimmt. Das kommt andersrum. Aber wie soll das gehen? Da ist auch nix so drauf. Kannst du ja schon mal die Reifen basteln. Mhm. Ja, kann ja nur das sein. Das heißt nix. Da hab ich irgendwas falsch gemacht. Du hast die falsch rum gemacht. Also die gelben müssen auf der anderen Seite. Die müssen auf der anderen Seite rein. Das kann sein, ja. Genau. Das ist so. Ja, die halten nur durch den Pinakel in der Mitte hier. So, und dann. So, so, so. Wenn ich noch ins Lego gleich verarschen, ja. Da sind die so rum, also. Ja, ich muss dann gucken, wie rum, genau. Ich muss schon richtig Batman felgen hier. Ja, kaum sichtbar, genau. Oh, Batman fällt schon auf. Ich glaub, das will er auch. Ja, das war schon. Ich bin schwer begeistert, Lego. Nochmal kann die nicht reinsetzen, ne? Ne. Das passiert ja dann im Spiel selber. Ja, du tust das auf dem Portal, und dann kann er dann verteilen. Im Spiel. So. Lass mich raten, die zwei anderen Varianten finde ich in der weiteren PDF. Richtig? Richtig. Aber wir lassen das nur bei dir ein, bei die anderen beiden. Das wird das Spiel eh nicht erkennen, ob wir es anders bauen, weil ja nur der eine Chip drin ist. Vielleicht liegt das mal am Gewicht, weiß ich nicht. Ein Gramm weniger. Transformers. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ja, das war knapp 8 Minuten Lego Spaß. Ich glaub, wir machen daraus wirklich einen zweiten Teil. Finde ich gut. Ja. Genau. Wenn du mir jetzt etwas suchst. So als Ups-Teil. Ups. Ja, cool. Ja, das war das für heute. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Scheren.